Der Automotor- und Radfahrerbund, kurz Arbö genannt, unterstützt verlässlich und gerne mit seinem Top-Team in allen Fragen und Problemen rund um ihre Kraftfahrzeuge. Im Bezirk Lietzen stehen die Mitarbeiter der Standorte Lietzen, Trieben und Schladming 24 Stunden am Tag, für sie bereit. Wir bieten natürlich alles an, Fahrwerksvermessung, Computerdiagnose, sei es Gelenkprüfen, sei es, wenn das Auto nicht mehr fit ist, dass wir es anschleppen. Wir beraten es bei der Kostenreparatur von der Werkstatt. Die Pannenhilfe kommt immer dann zum Einsatz, wenn Ihr Fahrzeug durch eine Panne fahruntüchtig ist. Die Arbö Bannenflotte ist 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr für Sie im Einsatz. In 9 von 10 Fällen kann das Auto vor Ort wieder flott gemacht werden und die Fahrt kann nahezu ohne Zeitverlust fortgesetzt werden. Unser Herzstück ist der Bannendienst. Wir sind 365 Tage von 0 bis 24 Uhr für Sie da. Wir versuchen das Fahrzeug bei der Panne wieder flott zu bekommen. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, ist unsere Abschleppflotte für Sie gerne da. Der Abschleppdienst hilft Ihnen in jenen Fällen, in denen die Panne bzw. der Schaden am Fahrzeug nicht vor Ort behoben werden kann. Als Arbö-Mitglied haben Sie die Möglichkeit, nach Verfügbarkeit innerhalb der ersten 24 Stunden ein kostenloses Ersatzfahrzeug zu erhalten. Das besondere Zuckerl, wir haben jetzt eine Halbjahresaktion. Sie treten zum halberen Mitgliedspreis bei und wir sind für Sie 365 Tage im Jahr, 0 bis 24 Uhr für Sie da. Das Spektrum der technischen Serviceleistungen umfasst von der Bickel-Überprüfung über die Kauftests bis hin zu Urlaubs- oder Winterchecks. Eine fast nahtlose Bandbreite rund um Ihr Kraftfahrzeug. Mir taugt die Arbö an Arbö generell besonders gut, weil man eine richtig abwechslungsreiche Arbeit hat. Wir sind ein engagiertes Team, es funktioniert. Die Teamfähigkeit ist für mich besonders wichtig. Für all diese Leistungen steht Ihnen in den jeweiligen Arbö-Standorten ein perfekt geschultes Serviceteam zur Verfügung. Wir wollen unser Team verstärken. Wenn du Interesse hast an einer sehr abwechslungsreichen Arbeit, dann melde dich einfach in die letzten Team vorbei. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.